Ein bisschen weiter nach rechts geht, könnt ihr das Berliner Ensemble sehen, da hat Brecht halt gearbeitet dran, da werden auch immer mal Brechtstücke aufgeführt, ziemlich spannend. Hier der Bahnhof Friedrichstraße, rechts der Trainingpalast und der Bahnhof Friedrichstraße ist renoviert worden, der war früher völlig verwinkelt gewesen, weil man halt da, ja, also Ost- und Westbahnhof abtrennen muss aufeinander. Hier ist alles wieder neu aufgebaut worden, schöne neue, große, moderne Hotels und Häuser, nicht so spannende Architektur. Die Architektur ist nicht so spannend, nicht so spannend, nicht so spannend, jetzt. Und hier war irgendwo die Apotheke, in der Thierry L'Or Fontane gearbeitet hat, der ist Apotheker gewesen. Und Heroin süchtig. Oh, schönen Weihnachten, das ist ja cool. Oder? Hm? Wie weit willst du jetzt von da? Ähm, wahrscheinlich halt zur...